So, hallo zusammen, wir testen heute dieses super stylische Tablet von Odies mit Kamera, hochauflösendem Display und Android 4.0. Die Verpackung macht schon mal einen guten Eindruck. Wenn wir es jetzt einfach mal auspacken, finden wir darin eine Aufbewahrungsmöglichkeit, ein Ladegerät und auch noch ein USB-Kabel. Aber worum es ja eigentlich geht, ist das hier. Das Tablet macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck, sieht stabil aus. Wir machen es einfach mal an. So, wie man sieht, läuft alles sehr flüssig, es hängt nicht oder sowas. Das Display ist auch ganz gut. Jetzt gehen wir mal ins Internet, dann sieht man das noch ein bisschen besser. Klicken mal hier drauf. Es lädt sehr schnell, es ist nichts verschoben. Ja, super. Wir kommen also zu dem Schluss, dass das Tablet sehr gut funktioniert, keine Fehler hat, einwandfrei läuft. Und es ist auf jeden Fall eine super Alternative für jemanden, der gerade auf der Suche nach einem Tablet ist, aber nicht gleich 500, 600 Euro rausgeben möchte. Und ja, der Dien läuft noch drei Tage, kostet statt 199 Euro nur 99 Euro. Und wir finden, das ist ein Top-Dien. MDR 2 MDR 3 Vielen Dank.